Hä? Wieso da lachen? Würdest du mich verarschen? Hä? Wo lang? Der Punkt ist oben. Wir müssen in Warwight fahren. Hä? Wo? Ich hab keine Auffahrt gesehen, Liga. Hä? Bist du blind? Bist du blind? Achso. Ja, da hab ich nicht hingeguckt. Na, tschau. Du Hurt. Ah, hallo! Ah. Map kaputt. Hauptsache ich stehe da unten in den Kanälen. Was ist denn das für ne Scheiße? Alter, schön. Alter, wie hier niemand mehr was sagt, was ist denn mit euch? Oh, jetzt wird hier richtig getreuert. Du, der gibt ganz... Jo, wie ich hier durch die Kurve heize. The same, Alter. Jawoll. Get up, get down with the face and sound. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren, muy bekannten Episode Let's Play GTA 5 online. Zusammen mit Lidl und dem Silber zocken wir. Hey, passend irgendwie langsam zum Halloween. Eine Halloween-Map. Hallo! Hallo! Alter, die fällt ja gar nicht an die Kasse. Und die Spanke haben den Everest genommen. Hihihihi. Wow, wie asozial will zu sein. Vor allem, wir haben extra noch gefragt. Ja, da war was schon zu spät. Da war was schon zu spät. Aber ist mir egal, der verliert gleich sowieso. Wir machen jetzt Take Team. Ganz ehrlich, ist mir sowas von egal. Wir machen jetzt Take Team, wir machen den Weg. Egal, egal, ist mir egal. Egal. Wer weiß, kann eh nicht fahren. Roboter mit Senf ist egal. Und so. Guck mal, ich bin schon wieder da rangekommen jetzt hier. Das ist doch alles easy. Als solches ist es doch nicht schlecht. Der rutscht nur ziemlich bei dem Wasser hier. Ja, sorry, ich kann der da nichts am Wetter ändern. Alles gut. Alles gut. Äh, Säuer, so. Das ist ja das Ding. So, guck mal, da bin ich auch direkt hinter ihm. So lang. Hä? Wieso du da lang? Würdest du mich verarschen? Hä? Wo lang? Der Punkt ist oben, wir müssen in Vorwalt fahren. Hä, wo? Ich habe keine Auffahrt gesehen, Digga. Hä, bist du blind? Achso. Ja, da habe ich nicht hingeguckt. Ja, tschau. Oh, Sarah. Ja, ja. Wo bist du? Links von dir. Ja, ich, äh... Geh mir Mühe. Oh ne Scheiße. Ich hab da... Ich bin rechts neben dir, ne? Ja. Okay, du kannst hochziehen. Geil, so muss das sein. Nein. Ihr Foss... Ich hab den Bock noch nicht. Nein. Ey, ey, ey. Nein! Warum bist du so? Hallo. Hallo, ciao. Da seid ihr ja wieder. Hallo, ciao. Die kleinen, schlechten Menschen, ey. Ne, ich fall lieber hinter Sarah her, sonst geht's doch wieder schief. So. Achtung, Ente kommt. Mit Windschatten. Ach, hat er verkackt oder was? Ne, der holt dich jetzt wahrscheinlich gleich. Oh! Mäh! Kein Scheiß! Mach keinen Scheiß! Mach ihn weg! Du Mönchi! Warum? 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 Tja, hast du verdient, ne? Ey, das ist Autorassismus! Wieso? Ja! Wir sind doch jetzt hier Tag Team, haben wir doch gesagt. Ist ja auch immer so fair. Ja, wenn du schon eine andere Karre nimmst. Jetzt gerade ist das fair. 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 Ja, verkackt. Nur weil... Jetzt ist das fair. Wenn ihr zu blöd seid... Hä? ...richtige Karre auszugehen, einer? Nur weil ihr zu blöd bist, zuzuhören bei der Absprache. Was ist denn das? Ja, da müsste die Absprache mal ein bisschen früher rauskollen. Hä? Der Emmerus war voreingestellt, dumme Kleine! Ich geh ja auch nicht irgendwie zur Arbeit und sage, ja, ich mach jetzt erstmal fünf Wochen Urlaub. So, ganz spontan. Schau. Und die haben das dann abzündigen. Ja, gut, dass der Emmerus voreingestellt ist. Und wir immer eigentlich sagen, dass wir, äh, die Karre behalten. Äh, äh, tja, Fahrzeugperre reinmachen können. Ja, genau. Ach, Alter, mal fahren, ihr leckert am Arsch. Egal. Weil du eine Throttle bist. So komme ich euch gleich mal ein bisschen entgegen, finde ich gut. Du musst eigentlich mann. Mann. Ich hab' alles geplant, euch jetzt entgegenzukommen. Er sieht halt keine Auffahrt, Alter. Ja, warte denn! Das waren die immer ein bisschen, ne? Ja, egal. Das kann man wirklich nicht so wirklich schön reden grad. So. Können wir, die wir alle noch immer stumpf hinterher fahren, Alter. Solche Lemminge. Ja. So. Wo seid ihr? Ich fahr' jetzt grade zurück. Das ist geil. Das wird geil. Das wird geil. Du Hurt. Ey. Ja. Auf Marsch Speed. Musst du sogar noch runter wegen dem Punkt da, ne? Aber ich hab' ihn trotzdem nicht gekriegt. Du hast ihn nicht gekriegt? Ne. Aber jetzt hab' ich ihn. Easy. Absolut unverdient. Was? Absolut unverdient. Ey! Silber! Du bist so ein Knecht. Du bist so ein Knecht, Alter. Sehr schön, Silber. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Jetzt könnte ich ihn doch locker kriegen, oder? Ah. Nee. Schade. Außer er verkrankt jetzt noch mal. Ja, das wird er sowieso nicht tun. Den Skill hat er dann doch noch. Ja. Ja. So ein bisschen. Das wird's denn hier auch verkacken. Jetzt mal ernsthaft. Du kannst das. Rückwärts ins Ziel, because I can. So. Easy Map. Leute, zum selber zocken, ne? Bis dahin unten in der Videobeschreibung. Rückwärts ins Ziel? Stop. Wir könnten bestimmt gleich neu starten. Ich steh in der Wand. In welcher Wand? Ja. Obendrauf. Hä? Wo ist ne Wand? Map kaputt. Ihr seid unter der Map, ne? Nein. Wir sind im Oberhalb der Map. Nein. Wir sind auf der Map. Geil! Warte. Ich steh unten drin, warte. Ah, hallo! Ah. Map kaputt. Was? Hauptsache ich steh unten in den Kanälen. Was ist denn das für ne Scheiße? Tja. Troll! Hahaha! So ne Scheiße! Wie glatt soll's sein, ja. Ja. Dieses Halloween-Wetter versaut einem wirklich so ein bisschen die Maps, ne? Einen Tag, von mir aus. Dürfen sie das machen, ne? Doch machen sie, glaub ich, eine ganze Woche oder so läuft doch bestimmt. Nö. Also ich vermute mal, wenn jetzt das Video draußen ist, ist die Nummer wieder vorbei. Weil dann ist Halloween vorbei. Aber trotzdem... Nö. Oh, Alter. Das war ne Überholmanöver des Todes! Und das auch! Nein! Da hab ich's verkacken. Ja. Und meiner Sache gar nix und fährt weiter. Ja, natürlich! So ne Scheiße! Was soll ich denn sagen? Wenn du zu blöd bist, um mich jetzt mal wegzufangen. Ne, bei Ente war ich nicht so blöd. Da konnte ich aber auch nix dafür. Die Kurve war ziemlich eng. Da passen wir nicht zu zweit durch. Ja, und eng ist in dem rar Begriff, ne? Ja. Ja, was denn? Ist doch so. Ja. Die Apfel gehört eigentlich nicht. Ja, na, na, na. Ey. Was hast du denn abgefahren hier? Ja. Ja. Es darf gerne mal losgehen. Ja, geht doch. Juhu! Muss man erst motzen, ey. So, dann machen wir mal! Hoffentlich nicht so wie im Livestream am letzten Samstag mit irgendwelchen Palmen im Weg. Dann platzt mir eventuell das Arschleischlein. Ja, easy. Ja, geil. Oh Gott, jetzt kommen wir's noch noch entgegen. Nice! Oh, ja. Das finde ich so gut. Oh, ja, Baby. Oh, ja. Ice Cream Circuit, Gang Gang und so'n Scheiß. Hallo. Oh, fuck. Doch. Ja, voll fuck. Was war diese NPC-Kammer-Scheiße jetzt? Ja, easy. Hä, was für easy, Alter. Ja, easy. Ey. Was ist heute mit dem Mäh los? Ja, warum denn? Ja. Also die Maps sind ja wirklich richtig einfach. So, erste Runde zu Ende. Hey. Ich hab leider nicht First 2 gemacht, weil ich doof war. First 2. Ich hab leider nicht First 2 gemacht, weil ich doof war. Ja, schon. Aha. Okay. Okay. Ja, vielleicht kann ich jetzt auf der Straße ein bisschen was rausreißen. Die zweite Runde als letzte Runde machen. Nein, nicht überdrehen. Ja. So. 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 Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Okay, jetzt bin ich gespannt. Aber erster Platz, das war absolut verdient. Fake-Plasse, Leistung, hörte sie wieder von mir. Das war... Alter! Komm schon, mach hinne, ich will sehen. Ja, ich auch. Mach hinne! Aua! Oh, Baby! Aua! Alter, jetzt mich nicht überdreht, hätte ich die auch gehabt, ne? What the fuck! Gut, Ladies and Gentlemen, heute kürzere Episode. Aber, wenn's euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung am Steckenpartner. Das ist der Gaming-Triebwerk und der Merch. Äh, sind verlinkt, ja. Genauso wie die Maps zum selber zocken, selbstverständlich. Ich bedanke mich für eurer Aufmerksamkeit und sage schön bitte. Und auf jeden Fall einen schönen Tag. Und doch einmal zu uns. Ciao! Ciao! Ciao!